Dann haben wir zum Beispiel eine recht große Umfrage gemacht für das Bundeskanzleramt. Ich weiß noch gar nicht, ob es schon publiziert worden ist. Dann publizieren wir es jetzt. Dann publizieren wir es nicht jetzt, aber daraus wissen wir zum Beispiel eins, dass auch die Ungeimpften auch nicht alle in eine Richtung marschieren. Da gibt es einen Teil, der sagt, mich kann man überhaupt nicht mehr überzeugen, aber da gibt es einen anderen Teil, das ist ganz witzig, da gibt es Menschen, die sagen, ich lasse mich sicher nicht impfen. Dann stellen wir die Frage, was könnte sie denn überzeugen? Ja, 100er könnte mich schon überzeugen. Das finde ich spannend. Also für jemanden, der sagt, ich lasse mich nicht impfen, erstens wegen einem Impfzwang und zweitens, weil ich lasse mich nicht verseuchen, aber für ein Hunderter bin ich schon dabei. Also wie Sie sehen, es ist nicht ganz so einfach. Aber vielleicht ganz kurz, Anno, vor allem zu diesen Protesten in Wien. Also das wird jetzt immer so dargestellt, so oft, als wäre jetzt Wien irgendwie der Weltuntergang passiert. Es gibt tatsächlich auch etliche Leute, die da mitgehen und die ganz klar im Kopf sind und eben nur gegen die Impfpflicht sind. Also die sogar selbst geimpft sind und dagegen. Und das meine ich ja, wenn jetzt sogar jetzt in Deutschland die Freiheitliche Partei nicht mehr dagegen ist in diesen wirklich ureigensten Eingriffen in den Körper, finde ich es halt schwierig. Weil was machen Menschen, die, ich bin ja auch so, geimpft, ich bin wirklich dafür, dass man sie impfen lässt, aber ich bin absolut gegen eine Impfpflicht. Wo gehen diese Menschen jetzt noch hin? Vielleicht wollen sie demonstrieren, wollen aber eigentlich nicht mit den Querdämmenkern mitlaufen. Also da geht irgendwie was verloren und man muss sie einem Lager zuordnen. Und da sind doch auch Menschen dabei, die... Und viele fühlen sich dann auch ungerechtfertigt einem Lager zugeordnet. Genau, und dann kommt eben Olaf Scholz und hat gestern diesen eigenartigen Satz von sich gegeben, dass irgendwie die Gesellschaft eh einer Meinung sei in Corona-Dingen. Also die ist gar nicht gespalten. Und da frage ich mich schon, wo er wohnt. Naja, aber lassen wir das Wort gespalten weg. Sagen wir, es gibt unterschiedliche Sichtweisen darauf. Und dann gibt es in manchen Bevölkerungssegmenten, kommt es zu einer Verfestigung der Einstellungen und in ganz kleinen Segmenten zu einer Radikalisierung. Da meinen Sie jetzt Twitter? Nein, da meine ich nicht. Sehr nett. Nein, da meine ich nicht Twitter. Aber diese ganz große Spaltung, die gibt es nicht. Nur womit können wir nicht mehr umgehen? Wir können, wir, Deutschland, würde ich auch sagen, Österreich übt Europa. Wir leben in der Zuckerwatte-Demokratie. Wir glauben, Demokratie ist heute nicht mehr etwas, wofür man für etwas eintreten muss, wo man kämpfen muss, wo man sich mit dem anderen auseinandersetzen muss. Das kann auch durchaus härter sein, etc. Wir hätten alles gerne in Watte gepackt. Der Staat sorgt auch dafür. Wir haben auch übrigens ein sehr, sehr höfisches, absolutistisches Verständnis als Bürger. Wir rufen nämlich immer nach der Politik, die wir ja angeblich als mündige Bürger nicht brauchen. Ich finde es ja ein bisschen dekudant, wenn wir die ganze Zeit der Politik aussagen, was er nicht für Fehler gemacht hat, ist das, was wir im Eingangsstatement auch zitiert haben. Und der Bürger selbst nimmt sich nicht bei der Nase und sagt, was ist mein Anteil eigentlich daran? Also nämlich jetzt auch, sagen wir mal, das Geimpfte. Warum habe ich nicht mehr Menschen davon überzeugen können zum Beispiel? Warum geht diese Mehrheit nicht auf die Straße und demonstriert für die Impfung? Also ich finde, wir sind, wir machen es uns alle miteinander ein bisschen leicht, lehnen uns zurück und sagen, die blöde Politik und leider Gottes. Stimmt das, Herr Löwitt? Also da gäbe es viel dazu zu sagen. Ich erlebe, ich bin seit 40 Jahren Arzt und seit 36 Jahren Landarzt und Hausarzt von circa 12.000 Kateinen inzwischen. Und da erlebe ich doch einen Wandel. Und ich glaube, dass diese Impfpflicht jetzt so ein letzter Kristallisationspunkt ist von sehr viel Unmut. Und ich muss doch sagen, ich erlebe schon Spaltung. Ich erlebe geschiedene Ehen. Ich erlebe Kinder, die nicht wissen, wo sie hingehören. Ich erlebe Freundschaften, die zerbrechen. Und zwar, das ist nicht hier und da. Meine Ordination ist eine Wahlarzordination, ist pumpvoll. Ich weiß nicht mehr, bin jetzt einfach hierher geflüchtet, um wieder zwei Tage Pause zu haben. Menschen, die einfach Rat suchen, Menschen, die jemanden suchen, der ihnen nur zuhört. Das genügt schon oft. Und manchmal gelingt es auch, jemanden mit dem Argument zur Impfung zu überzeugen, tun Sie es doch für Ihren Seelenfrieden. Vergessen Sie das Coronavirus, tun Sie es einfach für Ihre Seele. Und auch das funktioniert leider. Und das bedauere ich schon. Herr Niederömelin, wie sehen Sie denn diese Spaltungsdebatte? Wie wird es übertrieben? Wird es angeheizt? Viele sagen, die Politik unterstützt das noch, weil ja tatsächlich Ungeimpfte eine Zeit lang, also in Österreich ganz stark, in Deutschland auch irgendwie tatsächlich ausgegrenzt wurden. So was kann doch nicht gesund sein, ne? Also ich will mal ganz kurz einen Schritt zurückgehen. Ich sehe es so ähnlich wie Sie auch. Ganz problematisch ist es natürlich, wenn Politiker apodiktisch sagen, es gibt keine Impfpflicht, es wird kein Druck ausgeübt. Und dann kommt die Impfpflicht oder es wird zumindest Druck ausgeübt. Das ist natürlich ein Vertrauensverlust. Und trotzdem würde ich nochmal einen Moment an der Stelle festhalten, wenn wir schon mal über das Thema reden. Es ist ja so, was wir gegenwärtig in ganz Europa haben, ist ein massiv wachsender Druck auf Ungeimpfte sich impfen zu lassen. Mit massiven Benachteiligungen. Viele von denen würden sagen, wenn ich die Benachteiligung weg wäre, dann würde ich bereit sein, dies und jenes vielleicht sogar zu zahlen. Nur damit ich wieder einkaufen gehen kann, nur damit ich wieder teilnehmen, in die Restaurants gehen kann, in die Kinos und so weiter. Das heißt, wir heben die Sanktionen permanent an und die Menschen fühlen sich zunehmend ausgegrenzt, die sich nicht impfen lassen. Und manche verrennen sich dann auch in so eine Art Anti-Impf-Heroismus. Hier stehe ich, ich kann nicht anders und ich mit meinen Kumpels und so. Nicht überraschend, Reaktanz nennt man das, oder? Jetzt würde ich nochmal sagen, Impfpflicht, wie immer man sie ausweitet oder beschränkt, ist erstmal gar nichts Neues. Masernhammer-Impfpflicht in Deutschland. Impfpflicht ist nicht Impfzwang. Impfzwang wäre das, was Sie geschildert haben, jemand wird gefesselt und geimpft. Kein Mensch will hoffentlich Impfzwang. Kommt auf keinen Fall in Frage. Das heißt, eine Impfpflicht kann zum Beispiel so aussehen, dass es eine Ordnungswidrigkeit ist. Das heißt, dann kriegt man eine bestimmte Strafe. Und darf aber weiterhin nicht vom gesellschaftlichen Leben teilnehmen. Nein, das ist ja die Frage. Das muss man dann sehen. Das muss man sehen, wie es sich entwickelt. Wir werden jetzt mit der Impfpflicht sowieso nichts mehr ändern für die jetzige Welle. Aber ich glaube, es wäre von Anfang an besser gewesen, entweder man verzichtet auf Impfpflicht, aber dann auch aus Ausgrenzung. Oder man sagt, nein, wir wollen, dass diese Impfung nun wirklich greift. Wir brauchen das. Der einzige Weg aus der Pandemie, da gibt es ein bisschen unterschiedliche Einschätzungen, ganz klar. Wenn man das so sieht, dann ist, glaube ich, befriedend eine allgemeine Regel, meinetwegen 70 plus oder 60 plus oder wie auch immer, eine allgemeine Regel, die sanktioniert ist, jetzt nicht mit Gefängnisstrafe, sondern mit Ordnungswidrigkeit. Da kriegt man wie bei übertretener Geschwindigkeit eine Ordnungswidrigkeit. Muss man dann entsprechend Bußgeld zahlen. Ich glaube, das wäre für die Befriedung eher vorteilhaft. Und jetzt komme ich zu Ihrer Frage mit der Spaltung. Die Spaltung ist ja nicht Geimpfte, Ungeimpfte, sondern die Spaltung, die wir erleben, ist wechselseitiges Misstrauen der Menschen untereinander. Nicht nur gegen die Politik, sondern auch untereinander. Mit zum Teil widerlichen Formen der Diffamierung, der Herabsetzung, der Beschimpfung. Und das nimmt massiv zu. Da spielen die Social Media nochmal eine ganz besondere Rolle, weil das geht so ungefiltert, geht das da durch. Und dieser Stresstest, ich meine, man kann sich fast wundern, dass das die europäischen Gesellschaften halbwegs gut überstanden haben. Wir haben einen anderen Stresstest gehabt in den späten 20er, frühen 30er Jahren. Der ist anders ausgegangen. Diesen Stresstest, den sollten wir nicht ewig fortsetzen. Und deswegen, letzter Satz, bin ich der Meinung, wir müssen nochmal darüber reden, was eigentlich das Ziel ist. Das Ziel muss meines Erachtens sein, nicht No-Covid, nicht wir kriegen das weg durch Herdenimmunität. Dann heben wir die Hürde immer höher an, vor allem wenn noch Omikron-Variante noch infektiöser ist. Sondern das Ziel muss sein, die Belastungen auf ein Niveau zu drücken, das erträglich ist. Und das ist mit relativ mäßigen Maßnahmen erreichbar. Also es geht ja immer darum, dann auch jetzt in einer ethischen Diskussion darüber, es ist ja immer geboten, das gelindeste Mittel einzusetzen, um ein vernünftiges Ziel zu erreichen. Jetzt ist es so, dass in Deutschland jemand Gesundheitsminister wird, der eher, wenn man so will, auch zu einer radikalen Position neigt, in all diesen Corona-Fragen. Karl Lauterbach, der ja auch ein sehr starker Verfechter, wie immer von sehr radikalen Maßnahmen ist. Und letztendlich auch immer dem widersprochen hat, wofür Sie persönlich auch, seit Beginn der Pandemie sehr stark standen, nämlich zu sagen, wir können nicht immer mit allgemeinen für alle gültigen, harten Maßnahmen reagieren, auf etwas, was doch so eindeutig so unterschiedliche Risikofaktoren hat. Das setzen wir jetzt ja eigentlich bei der Impfung fort, dort wo wir mit den Schutzmaßnahmen es auch schon gemacht haben. Glauben Sie, dass dann wirklich Karl Lauterbach die richtige Wahl ist, zu sagen, an der Spitze des Gesundheitsministeriums steht jetzt jemand, der nicht diesen differenzierten Zugang hat, sondern eigentlich in fast jedem einzelnen Fall für die Radikalvariante ist? Also sagen wir mal so, ein Karl Lauterbach macht natürlich nicht jetzt die Gesundheitspolitik für die ganze Koalition, sondern das ist die Bundesregierung insgesamt. Ich habe mich auch gewundert über die Wahl, weil ich hatte mir eigentlich vorgestellt, die ganzen Pannen waren ja nicht so sehr Pannen der Fehleinschätzung, sondern organisatorische Pannen, Politikversagen, die Schließung von Impfzentren, wenn man gerade mal dabei ist, die Booster-Impfungen eigentlich wieder hochzufahren, weil man die israelischen Erfahrungen hatte. Das Zulassen, dass 8.000 oder 6.000, je nachdem wie man es zählt, Intensivbetten in der Pandemiekrise verloren gehen, ohne dass da viel geschieht. Jetzt kommt der bayerische Gesundheitsminister und sagt, wir könnten das Nettogehalt verdoppeln, das pflegende Personals, jetzt, im zweiten Jahr der Pandemie. Also ich war ja mal in der Politik, ich würde sagen, das ist handwerklich, handwerklich schlecht gemachte Politik. Und da stellt sich natürlich für mich schon die Frage, ist jemand in der Lage, ein Gesundheitsministerium zu leiten, der noch nie eine Behörde geleitet hat. Ich habe mich gewundert über diese Entscheidung. Ich hätte gedacht, da kommt jemand, die oder der, wahrscheinlich eher die, aufgrund des Versprechens von Scholz Parität zu schaffen, die Erfahrung hat mit der Leitung eines Ministeriums. Und dann hätte man seinen Sachverstand ja trotzdem als Staatssekretär zum Beispiel einbinden können mit speziellen Zuständigkeiten. Das ist der Stichwort Sachverstand, weil es sagen ja auch viele, ein Teil des Vertrauensverlustes besteht darin, dass man dann in der Politik nicht Fachleute hat. Sie haben die besten Köpfe angedacht. Da stellen sich viele vor, also Gesundheitsministerium ist ein besonders guter Arzt und weiß ich nicht, im Wirtschaftsministerium ist ein besonders erfolgreicher Unternehmer und im Kulturministerium ist ein besonders erfolgreicher Kulturmanager oder Künstler. Oder stimmt das? Könnte man durch eine stärkere Konzentration von Experten in den Regierungen und Verwaltungen das Vertrauen wiederherstellen oder steckt da auch wieder eine Gefahr drin? Also sagen wir mal so, in den Ministerien gibt es ja nun Kompetenz. Das ist zwar ein bisschen einseitig, weil das ist eine sehr stark juristische Kompetenz, aber schon auch Sachkompetenz. Schadet nicht, wenn eine Ministerin oder ein Minister auch von dem Fachgebiet Ahnung hat. Aber es ist in der Tat nicht das Primäre, weil das Themengebiet ist so umfassend, dass es fast ausgeschlossen ist, in all den Teilgebieten sich auszukennen. Das heißt, es geht im Wesentlichen darum, Sachverstand zu mobilisieren und vor allem Kooperationen hinzubekommen zwischen Parlament und Regierung und dem Ressort und mit Verbänden und so weiter. Das ist eine spezielle Begabung, die nicht alle haben, die sich sachlich gut auskennen. Wir haben jetzt in Österreich auch einen Arzt, das Gesundheitsminister. Haben Sie den Eindruck, dass es viel hilft? Das kann ich noch nicht beurteilen. Es hat sich nicht Wesentliches geändert. Ich glaube einfach, dass wir viel zu wenig diskutieren und viel zu wenig Fragen stellen. Nämlich die Fragen, wie könnte ein gesellschaftlicher Konsens ausschauen, mit dieser Pandemie umzugehen? Wie könnte ein gesellschaftlicher Konsens ausschauen, die ein oder andere Maßnahme zu forcieren oder abzuschwächen? Das fehlt mir einfach und ich bedauere außerdem ganz enorm, dass die Kinder und Jugendlichen, die letztlich doch die Zukunft der Gesellschaft darstellen, völlig unter die Räder geraten und eigentlich nicht thematisiert werden, auch heute nicht thematisiert werden. Die werden gegurgelt und getestet und weggesperrt und dürfen wieder und dürfen wieder nicht und zerbrechen daran. Glauben Sie mir das? Ich erlebe das. Nur Zahlen, die, glaube ich, unbestritten sind, zehnmal so viele Selbstmordversuche. Niemand spricht darüber. Das ist keine Meldung auf den Schlagzeilen unter Jugendlichen. Es wird schon sehr viel gesprochen. Es sprechen jetzt auch wieder viele, aber umgekehrt darüber, dass die Jugendlichen, obwohl die Zahlen das nicht so richtig hergeben, so gefährdet werden. Das heißt, die waren vor einem Jahr die Gefährder, wurden damit belastet, dass sie möglicherweise dafür verantwortlich sind, dass sie die Großeltern umbringen, wenn sie das Virus nach Hause bringen. Und jetzt plötzlich sind sie die Gefährdeten und müssen deswegen zu Hause bleiben, damit sie das Virus nicht bringen. Die Großeltern sagen ja meistens, bitte lasst unsere Enkelkinder zu uns. Lieber sterbe ich an dem Virus, als dass ich völlig ausgegrenzt werde aus dem sozialen Leben. Also ich muss einfach als Arzt, vielleicht nicht als Mediziner, sondern als Arzt sagen, dass ich sehr, sehr viele Umgangsweisen, wie sie von der Regierung und auch von unserem neuen Gesundheitsminister, wahrscheinlich aufgrund des Druckes von der Bevölkerung, ich denke, Politiker wollen ja primär wiedergewählt werden und nicht Leben retten, ausgeübt werden. Ihr Eindruck von Herrn Mückstein aus der Ferne? Dieses Interview vor zwei Tagen, oder wann war es denn das? Das ist schockierend, um ehrlich zu sein. Also da würde man nicht erahnen, dass er jetzt ein Arzt ist. Also ich hätte es auch ehrlich gesagt vergessen, bis zum jetzigen Zeitpunkt. Aber was, wir haben vielleicht nicht alle gesehen, es waren glaube ich 9 Minuten 47. Ja, in denen er glaube ich dreimal oder selber gesagt hat, irgendwie gesellschaftlich ganz breite, breite gesellschaftliche irgendwas. Also er wollte irgendwie die Impfpflicht... Konsens. Ja, Konsens, danke. Also ein absolut nicht sagtendes Interview. Aber um vielleicht noch mal kurz auf Herrn Lauterbach zurückzukommen und genau das. Ich meine, wir haben gerade über Kinder gesprochen und es war ja heute dieser Fact-Check, den die Berliner Zeitung hingelegt hat, weil er meinte, dass Omikron irgendwie für Kinder ganz furchtbar sei. Ist offensichtlich nicht. Und da beginnt nämlich genau das, was ich auch befürchte, die sprechen keine Kompetenzen ab, vor allem Fachliche nicht. Aber dass er politisch auch das Richtige dann tut und vor allem eben der Gesellschaft, wenn man überhaupt glaubt, dass es die Gesellschaft gibt, zumutet, das wird sicher noch sehr spannend. Und ich weiß nicht, ob Herr Scholz dir da einen Gefallen getan hat damit. Gibt es ja eigentlich den Wunsch nach Experten auch in der Bevölkerung stark? Es war ja dann, als es diese berühmte Regierung Bierlein gab, nach dem ersten Rücktritt von Sebastian Kurz, da waren wahrscheinlich, da haben die Leute gesagt, ach, so hätten wir es gern immer, so eine Art kreative Friedhofsruhe, es passiert nichts. Ja, also, ist auch, was Sie von Grieshoff angesprochen, diese Regierung der schlauen Köpfe, das hätten die Menschen wahnsinnig gerne. Also, weil es ja eine idealtypische Vorstellung ist. Ich glaube, es ist sogar auch ein bisschen geprägt durch die eigene Schulzeit auch noch, wo da vorne ein Lehrer oder eine Lehrerin gestanden ist und die Welt erklärt hat. Und das hätten die Menschen wahnsinnig gerne. Da bin ich wieder beim höfischen Absolutismus, dass wir alles nach oben delegieren wollen. Das ist das eine. Das zweite ist, was man insbesondere in Österreich noch wahnsinnig gerne hätte, und das hören wir, glaube ich, in jeder Fokusgruppe, sitzen dann immer die Menschen und sagen, naja, das Gescheiteste wäre nicht nur eine Expertenregierung, sondern das Gescheiteste wäre eine Konzentrationsregierung. Und dann machen die Roten das Sozialministerium, die Schwarzen machen die Wirtschaft, die Neos machen die Bildung, die Grünen machen die Umwelt und die Freiheitlichen, natürlich das Innenministerium und Sicherheit. Und dann sind wir alle wunschlos glücklich. Und wir haben natürlich diesen Drang, das, was Sie ja vorher angesprochen haben, das hat mir sehr gut gefallen, nämlich dieses Harmoniestreben, das jetzt massiv, massiv gestört wurde. Und zu dem streben wir aber wieder. Deshalb bin ich ja kein Kassandra-Rufer und sage, es wird schon wieder gut, wenn auch die Wunden in der Gesellschaft wieder geheilt werden. Da bin ich neugierig, ob die Wunden heilen, weil es gibt ja auch sehr viele... Frau Schneider wollte. Ja, weil ich wollte jetzt trotzdem zu Frau Grieshofer kommen, weil das war ein... Ich bin ja ein Liebhaber der Übergänge, wenn Gäste die Übergänge ermöglichen, dann springe ich da sofort auf, weil es wird schon wieder gut werden, haben Sie gesagt. Ich glaube, für manche wird es ihm nicht wieder gut, nämlich für Sie zum Beispiel. Also wir haben über Karl Lauterbach geredet, er ist ja nicht nur ein Verfechter der Impfpflicht, sondern er war auch immer ein Verfechter von möglichst harten Lockdowns. Betroffen waren davon immer viele Branchen, aber besonders hart Gastronomen und Hoteliers. Sie eben auch. Ihre Branche wurde besonders betroffen. Sie betreiben oder muss man schon sagen, haben betrieben ein Hotel in Aussee. Haben Sie schon beim ersten Lockdown gedacht, das geht Sie nicht aus? Nein, beim ersten Lockdown habe ich, glaube ich, am 13. März, glaube ich, war das, wir sind im Krieg. Das war sprachlos, das gibt es doch nicht. Und wie diese Spaltung dann begonnen hat. Dieses, dieses, ich bin mir vorgekommen, wie vor 80 Jahren, kauft nicht bei Juden. Genau so bin ich mir vorgekommen, wenn du, wenn du dich nicht impfen lassen willst, dann passiert dir das. Ich bin jetzt noch damit konfrontiert, wo ich sage, ich bin geimpft, bitte lasst euch impfen. Jetzt weiß ich, woran ich bei dir bin. Totale Repressalien werden dir angedroht. Wirklich, ich bin auf Facebook gesperrt worden jetzt. Das ist kein Witz mehr. Und wenn der Bundespräsident sagt, nein, mit ein bisschen Schmäh geht das schon, das sage ich dann im Finanzministerium. Das heißt, mit ein bisschen Schmäh geht das schon, oder? Aber das ist jetzt sozusagen Ihr Leiden an der gesellschaftlichen Situation, wenn man so will. Nein, das ist ein ökonomisches Leiden. Aber wie schaut dieses ökonomische Leiden an? Beschreiben Sie uns das. Nein, von drei Monaten Umsatz und drei Monaten Gewinn kann ich nicht leben. Und ich habe immer gesagt, wenn Sie... Aber die Regierung hat doch versprochen, dass Sie den Unternehmen als Gegenleistung für diese Schließungen... Ja, die Großen haben sicher sehr viel Geld bekommen, das weiß ich auch. Ja, die haben Umsatzersatz bekommen für einen November und Anfang Dezember, wo sie sowieso zu hatten, weil Revisionsarbeiten in der Hotellerie anfallen und die Umsätze lukriert haben für die ganzen Weihnachtsurlaube. Ich hatte das nicht, weil ich habe erst vor zweieinhalb Jahren begonnen. Also ich kann nichts von nix, nix kriegen. Das geht sich nicht aus. Das heißt, Sie haben keine Unterstützung bekommen? Ich habe 20.000 Euro, 20.147 bekommen für eineinhalb Jahre Lockdown. Und zwischen den Lockdowns... Ich dann aber noch versteuern muss. Zwischen den Lockdowns ging sich das einfach nicht aus. Nein, mit drei Monaten. Also wir haben am 29. Juni heuer wieder aufgesperrt, hatten bis September gute Umsätze. Wirklich gute Umsätze, aber von drei Monaten kann kein Mensch leben. Und das heißt, jetzt dürften Sie am Freitag nächster Woche, glaube ich, dürften Sie... Darf ich wieder aufsperren? Ich habe aber keinerlei Buchungen für das Weihnachtsgeschäft, weil es weiß ja auch keiner, kann er kommen, darf er kommen. Für Deutschland sind wir immer noch Hochrisikogebiet und unsere Zielgruppe sind die Deutschen, ganz klar, der bayerische Raum. Das heißt, Sie haben beschlossen, dass Sie Ihr Hotel verkaufen? Ich habe die Nase voll. Es wird jetzt verkauft. Gibt es schon Interessenten? Einige, ja. Jetzt ist ja, denkt man Sie, eh interessant, oder? Will denn, wenn die Situation so ist, wie sie ist und wie Sie sie beschreiben, ist ja vielleicht das Verkaufen auch nicht so schwer, weil wer will denn dann noch in den Tourismus investieren? Jein, ja. Es gibt auch immer wieder Optimisten und zum anderen kann man sie auch als Privathaus nutzen. Es ist ja nicht so groß, es sind ja nur acht Zimmer. Also für eine große Familie ist das schon nett herzurichten und nutzbar. Es ist mitten im Ort. Also das ist, bin ich in der glücklichen Lage, dass ich nicht eine 400 Betten Burg habe, auf der ich sitze. Sie sind an sich auch in der glücklichen Lage, dass Sie nur eine zweite Standbein haben. Sie sind auch Schneidermeisterin. Meisterin, ja. Und Dirndl-Macherin. Auch das, was Sie heute tragen, haben Sie selbst angefertigt. Da geht es besser? Nein, absolute Katastrophe. Wir haben 67 Prozent Minus über das letzte Jahr im Vergleich zu 2019. Und begonnen hat mein großer Frust im Jänner, da hatte ich nur minus 38 Prozent. Da kriegst du gar nichts mehr. Also das erst ab 40 ist. Ja genau. Ab 40 Prozent kannst du ansuchen um einen Ausfallsbonus. Wenn du nur 38 Prozent hast, wie gesagt, null. Und wenn ich 40 Prozent Minus mache als Unternehmer, dann fahre ich zum Bezirksgericht und melde Konkurs an. Und jetzt haben wir minus 67 Prozent. Jetzt habe ich noch ein Jahr durchgehalten. Jetzt sind meine Reserven endgültig aufgebraucht und das ist jetzt mein Befreiungsschlag. Ich sperre zu. Jetzt haben Sie ja, glaube ich, einmal schon überlegt, illegal aufzusperren damals. Was waren da die Erfahrungen? Die Erfahrung war, dass ich sehr viele Sympathiebekundungen bekommen habe. Endlich jemand, der sich traut aufzustehen. Endlich jemand, der das anspricht, der laut Hilfe schreit. Ich habe bei der BH angerufen in Lietzen und habe gesagt, hört zu, ich nehme keinen privaten Gast. Das ist eine PR-Aktion. Das ist ein Hilfeschrei. Vielleicht hört mich jemand. Vielleicht nimmt es bitte jemand ernst. Wissen Sie, was die gemacht haben? Die haben mir die Polizei geschickt. Mein Tennis-Kollegen. Die Polizisten waren überfordert mit der Situation. Die müssen mich kontrollieren. Durften natürlich nicht ins Haus. Sie haben ja keinen Durchsuchungsbefehl oder keinen schriftlichen irgendwas, keine Ahnung. Nur ein E-Mail von der Bezirkshauptmannschaft. Dann sage ich, dann tut es mir leid, dann dürft ihr mein Haus nicht betreten.